Musik Der ist viel schneller Warum ist er viel schneller unten? Achso, deswegen Ja, ich bin drauf gelandet Der ist wieder runter Wunderschön So, alle wieder mit dem Quad nach oben Aber wir machen Rennen nach oben Ist am besten Kann ich jetzt nicht bestellen Ist auch ne blöde Scheiße Mann, ist der Weg lang hier Ist keine Abkürzung Umbringen Der Schlammige auf der Hauptstraße Ah, teil Ist das Rund kaputt Nein, hier kann ich noch nicht rufen Wo bin ich denn hier? Hat der Ori jetzt auch nix gebracht Wenn ihr euer Quad wieder habt Kommt zu mir Dann fahren wir wieder hoch Wird doch mal so schnell Dunkel Geht hier Ich bin auf der Kloch Was willst du? Ein Rad? Es kommt an dich Holt am besten nicht diese komischen Dinger da Nur ein Quad, Leute Weil diese anderen Dinger sind viel schneller unterwegs Das ist ja unfair Gegen die anderen Leute Holt euch lieber das andere Ding Dieses richtige Platzer heißt das Dummi auch So 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 ist jeder unten Kommt hier rüber So Wir nehmen den Weg hier Schnell bestellen, Leute Mechaniker geht nur auf der Hauptstraße Nirgendwo anders Woanders könnt ihr den nicht bestellen Ja, fahrt doch nicht mal dagegen, Leute Bleibt mal ein bisschen ruhig Bleibt da mal ein bisschen ruhig, Leute Gibt doch ordentlich Gas Gubal, hol dein Fahrzeug Okay Okay Ähm, gut Ähm, ähm Wer ist das denn hier? Friedrich, kannst du bitte auch das andere Ding holen? Dieses Quad hier, was wir haben Es ist ein bisschen unfair gegen die anderen Dann bist du ja dreimal schon oben Achso, ja, okay Ja, ich bin da nicht so durchgekommen Weil irgendwie ein Durcheinander war da oben gerade Haben wir jetzt alle einen Quad? 18 Dollar Okay Bist du pleite, ey Kommt ihr da hinten? Ich lade ein Hä? Warum kann ich nicht einladen? Also Weil ich nichts markiert habe Bitte vernünftig mitmachen Kein LKW Steig da bitte aus So Annehmen bitte Annehmen Nicht rumschießen hier Taifan Ist egal Ist egal Alles egal Einfach nur annehmen Ja siehst du doch Wenn man rückwärts fährt Gegen ein anderes Fahrzeug Hüpft man doch um Kein Motorrad Kein Motorrad Ihr seht ja Dass wir alle einen Quad haben Du zählst nicht mit Kein Motorrad Dann mach ihn Dann mach ihn einen Platten Hier Gut Er hat einen Platten So Starten Philipp Kein Fahrzeug Kein Ein Quatsch Hab ich gesagt Ist auch gar nicht so schwer Zu verstehen Ah man Wie komme ich jetzt hier hoch Die Frage Ach der geht nach hinten rum Hier ist auch eine Möglichkeit hochzukommen Jetzt wirst du das bestimmt schaffen Mal gucken Schauen wir mal Jetzt schauen wir mal Du musst es schaffen Natürlich muss es schaffen Immer Weißt du doch Ne weiß ich nicht Schaffst du sowieso nicht Hast du gerade auch nicht geschafft Aber ich hab eine Abkürzung genommen Und fast geschafft Meine Leute Hab ich fast überholt Ich glaub nicht an dich Doch du musst an mich glauben Okay Komm da aber nicht hoch So gut lässt sich es nicht fahren Ja hier ist auch kein Weg Wir bräuchten einen A nach B Weg Haftung haben Richtige Haftung Kommt hier nicht hoch Ja man Na komm Gib Gas Schaust du schon mal gucken Das sieht nicht so aus Ja Das seh ich auch Ach man Das dreht immer so komisch Komm komm Lässt du Komm Mann Ja Was hat mich Dreht hier einmal wieder um So gut das war's meine Zuschauer Schön dass du eingeschaltet hast Jeden Tag kommen zwei GTA Online Folgen raus Am Stück Einmal auf der PS3 Und einmal auf der PS4 Und Freitag das News Video Was wir am Wochenende machen Und was für Projekte ich demnächst starte Wenn du dabei sein möchtest Dann schau in der Videobeschreibung vorbei Da ist ein Link zu das Inforegel Video Wie die Regeln sind Und wie die Crew Kleidung Und das Crew Auto ist Und schau auch mal in der Kanalbeschreibung vorbei Da steht das Programm der Woche drin Was wir jeden Tag hochladen Oder was ich demnächst für Projekte starte Wenn du noch mehr sehen möchtest Dann schau in der Playliste vorbei Da habe ich eine ganze Menge für dich Werde jetzt auch Frag den Dead Pictures machen Schreib Hashtag Frag den Dead Pictures Zusammengeschrieben Da kannst du mir jede Frage stellen Und sei kreativ Ich werde sie in einem Video Was ich demnächst hochlade Beantworten Und wenn du Ideen hast Dann schreib Hashtag Ideen Da kannst du mir deine Ideen schreiben Wenn du Rollenspiele hast Oder auch andere Sachen Wenn du mich unterstützen willst Dann kannst du es gerne tun Das würde mich sehr freuen So das war's Danke dass du eingeklickt hast Bis zum nächsten Mal Tschau mein Lieber Dobe Tschau 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 indung Québec Schön ,